Bernhard Askani ist ein deutscher Geschichtsdidaktiker und Schulbuchautor. Der Sohn eines Pfarrers legte die Reifeprüfung 1956 am Hebelgymnasium in Schwetzingen ab. Zunächst studierte er an der Universität Heidelberg die Fächergeschichte, Deutsch und Französisch. Seit Sommersemester 1957 an der Universität Tübingen und seit dem Wintersemester 1957 58. an der Universität Freiburg im Breisgau. Danach kehrte Askani an die Heidelberger Universität zurück, wo er im Frühjahr 1961 DK Sekunden Staatsexamen bestand. Dort promovierte er 1963 auf Anregung von Fritz Ernst mit einer Arbeit über die Beurteilung des Kaisers Ottos II in der Geschichtsschreibung vom 10. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ab 1964 unterrichtete er als Gymnasiallehrer in Freiburg, I.B.R. und Mannheim. Ab 1972 hatte er einen Lehrauftrag für Didaktik des Geschichtsunterrichts an der Universität Mannheim und ab 1978 war er Fachleiter für Geschichte am Lehrerausbildungsseminar in Heidelberg. Viele Jahre wirkte Askani als Organist und Chorleiter der Evangelischen Gemeinde von Brühl. Einen Namen machte sich Askani als Herausgeber und Autor von Schulbüchern für den Geschichtsunterricht seine zahlreichen. Zum Beispiel im Westermann Verlag erschienen und zusammen mit Emma Wagner verfassten Geschichtswerke sowie seine Annoa-Arbeitsblätter, für den Geschichtsunterricht werden größtenteils bis heute verwendet. Askani verfasste den ersten Artikel in der ersten Nummer der ebenfalls im Westermann Verlag erscheinenden Zeitschrift Praxisgeschichte. Schriften Monografieren Monografieren das Bild Kaiser Ottos II. Die Beurteilung des Kaisers und seiner Regierung in der Geschichtsschreibung vom 10. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Dissertation Heidelberg 1963 Herausgeberschaften Anno Braunschweig 1994 Anno BD 4 Das 20. Jahrhundert Braunschweig 2006 ISBN 3 1 4 1 BD 1 Von der Vorgeschichte bis zum frühen Mittelalter. Braunschweig 2006 ISBN 3 1 4 1 1 0 9 4 1 9 9 9 Anno BD 3 Von der französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Anno BD 2 Vom Mittelalter bis zum Ende des Absolutismus. Braunschweig 2005 ISBN 3 1 4 1 1 0 9 4 2 7 7 8 8 9 9 9 10 15 16